Einen wunderschönen guten Morgen von Bali. Ich stehe jetzt auf und dann geht's schnorcheln nach Nusa Penida und euch nehme ich mit. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitrönen Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein und viel Spaß beim heutigen Video. Das ist ein Frangipani-Baum und heute Nacht hat es so lange geregnet, dass hier überall die Blüten runtergeflogen sind und die duften so toll. So, der Treiber wird jeden Moment kommen. Ich habe schon meinen wasserdichten Rucksack gepackt und jetzt geht's los. Ciao, bis später. So sieht es hier vor meinem Hotel aus oder meiner. Ich habe ja ein Homestay. Jetzt muss ich erstmal ein kleines Stück Richtung Hauptstraße gehen, weil hier können ja gar keine Autos eigentlich reinfahren. Und da ist das Meer, aber da kommt man nicht lang. Da ist ein Hotel, wo überall in der Welt ist alles zugebaut. So, ich bin jetzt hier angekommen am Sammelplatz für die Fähre-Ticket und alles habe ich schon. Auch meine Erkennungszeichen. Und jetzt 8.15 Uhr ist Abfahrt. Ihr seht, der hinter mir, die sammeln sich jetzt hier alle. Und die Fähre, ich glaube, das sind so 50 Leute, die da fahren, aber die Schnorchel-Tour, das sind maximal 20 Personen. So, hier ist mein Barcode und wir folgen jetzt ihm hier mit der Fahne. So, wir sind am Hafen angekommen. Jetzt suchen wir hier unser Boot. Und haben noch einige Sicherheitsinstruktionen bekommen, weil einige Sachen wohl relativ gefährlich sind. Und ja, schauen wir mal. Das ist hier mein Reiseveranstalter. Sitzplatz Nummer 4. Leider sitze ich nicht am Fenster, also kann ich euch nicht so richtig viel mitnehmen. Aber natürlich werde ich nachher filmen. So, ich sitze schon mal, die anderen Ringe noch. Das ist hier so eng, dass ich hier halt auf dem Weg sitze, weil die anderen etwas opulenter sind und die Sitze sehr, sehr schmal sind. Okay, willkommen on board Elway de Reise. Now, the boat going to Nusa Prida. We're going to the harbor. It's called Banjarnu Harbor. So, the distance from here to Nusa Prida is about 14 miles, 1,4. We're going to take it about 45 minutes, depending on the sea situation. I hope the sea will nice and calm, so we can take it less than 45 minutes. Please stay relaxed on your chair. If you don't feel well, if you feel sissy, tell one of our crew, we're going to help you later. Da ist Bali und vor uns Nusa Prida. Wir sind da. Die Seekranken stehen gerade alle wieder auf. Der mit seiner Fahne wieder vor mir. Und das ist Nusa Prida. So, hier gibt es jetzt die Schnorchelausrüstung. Ich habe zum Glück alles bei, außer Flossen. Flossen, aber ich weiß nicht, ob ich Flossen nötige. Eins von beiden ist unser Boot. Los, los. Also, hier geht's. Das ist mein Messerspiel. Der beteiberatmotor entsteht, ist denn aus? Los intentioneine der Hohen Höchst Können Jeez. Ich habe Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt geht's Mittagessen. Die Schnorcheltour ist zu Ende. Ich heiße hier einfach nur immer Option 2. Option 2, follow me. Okay, ich komme. Oha, hier ist es extrem heiß am Fußboden und ich habe keine Schuhe an. So, hier gibt es Mittag. Mal schauen. Dann nehmen wir doch hier die Nudeln mit Seafood, oder? Mh, das sieht ja lecker aus. Jetzt gehe ich wieder zum Hafen zurück. Das Boot fährt in 15 Minuten. Und dann schaue ich mal, was ich heute Nachmittag auf Bali alles noch so mache. Das ist meine Boarding-Card für die Fähre. Und jetzt muss ich mich hier irgendwie durchdrängeln. Alter Verwalter. Der staubt. Oh, ihn noch. So, jetzt muss ich mal gucken, ob ich meinen Fahrer wieder finde. Das ist hier der Hafen. Schick, schick. Alles glänzt. Und es ist angenehm kühl. Er hat mich natürlich gleich entdeckt. Wegen... Und das Auto steht da. Da. Ich bin zurück. Jetzt gehe ich erst mal duschen. Und dann will ich auf den Markt gehen. Ich habe gesehen, es gibt nicht nur einen Night-Market, sondern auch einen Morning-Market. Der ist wahrscheinlich schon vorbei, aber ich will mal schauen. Der Markt hat leider schon zu. Also werde ich nicht mehr in den Genuss kommen. Und jetzt bin ich einfach an den Strand gegangen. Und laufe in Sanua los und gehe weiter Richtung Süden. Mal gucken, wie weit ich komme. Ich mache ja immer ganz gerne, bis es nicht mehr weiter geht. Und hier seht ihr, das ist jetzt Low-Tide. Geil, guck mal, der hat eine Fernbedienung. Und der Roboter macht den Sand sauber. Allplatz ist er her. Guck mal, was ich hier entdeckt habe. Ein Papaya-Baum mit fetten Früchten. Die sind echt groß. Kleiner Pferde. Das muss ein spirituelles Zentrum sein, aber man muss dafür Tickets kaufen. So, jetzt habe ich mich erst mal hier in so einem Varong niedergelassen. Da hinten ist immer noch Ebbe. Aber ich glaube, das ist jetzt zunehmend, das Wasser. Erst mal hier eine leckere Kokosnuss trinken. So, jetzt kommt es erst mal eine leckere Nudelsuppe mit Kokosnuss am Strand. Ich gehe jetzt zurück in die Unterkunst, denn ich muss heute noch packen. Morgen geht es nach Ubud. Nehme ich euch natürlich auch wieder mit, allerdings im nächsten Video. Wenn euch mein Ausflug heute gefallen hat, meine Schnorchelabenteuer, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, Kanal abonnieren. Bis bald! 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 Bis bald!